Hier befinden wir uns auf meinem Campingplatz. Klein aber fein. Es ist alles da. Ich habe unwahrscheinlich viel von meinen Fans geschenkt gekriegt. Das sind zum Beispiel die Schränke sind gemacht. Der Mülleimer ist von Fans. Mein Briefkasten ist von Fans. Mein Switcherkaste ist von Fans. Das ist mein Campingplatz. Und den haben wir uns jetzt quasi gebaut, damit ich trotzdem noch ein bisschen Spaß haben kann.